mit der scout pistole brauche ich nämlich noch neun tötungen ich habe noch nicht einen einzigen kill damit gemacht musste machen wenn der gegner von hinten sie kommt oder so wenn du die naja sie ist fucking hat schelle hat als regen sich die ein der ein oder andere regt sich darüber auf so knobe ich bin bei dir es kann ja nichts passieren we are in the same boat hier ist einer aua 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 eingraben gut er beschützt mich alter ich hab den ich hab den vert nein 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 nicht tot gekriegt hat mir voll aufgehalten ist immer so lustig wenn du eine pistole hast die so eine schnelle feuerrate hat und du den trotzdem nicht triffst oh knobi sollte helfen du brauchst keine hilfe gegeben dir ist nicht mehr zu helfen ich bin auch da so zwei kills habe ich schon das war der dritte streich der vierte folgt zugleich der chillt an ja das war der vierte streich der fünfte folgt zugleich ja das war der fünfte streich der sechste folgt zugleich das war der sechste streich der siebte folgt zugleich alter ich bin let's player ich muss das publikum unterhalten ich habe ich immerhin habe ich einen zuschauer ich vergesse das immer wieder ich vergesse mich gleich das war der siebte der achte folgt zugleich das war der achte der neunte folgt zugleich welche waffe hast du scheiße ich bin tot ach was 8 zu 2 ich bin schon zweimal tot ich habe die ich habe die normale blasterpistole dh17 und denkt dran ich spiele in third person denn ein youtuber hat gesagt spielt in third person wenn ihr töten wollt ja und recht hat er ja der hat gesagt das sind halt how to how do i more was auch immer ja auch recht auf dem felsen eimer ist gerade weggeschwungen ich bin auf dem felsen der begierde da hinten ernst aber die pistole auf entfernung macht ja auch wenig schaden dein fucking ernst grufti grufti wieso hält denn der so viel aus der sheet da scheiße ich bin ins scheiße scheiße ich verbrenne ich verbrenne aber ich bin raus war ja klar ich bin nur zweiter knobi du 10 zu 1 ich dachte ich bin hier der obercheater nein du weißt doch manchmal bin ich der obercheater ne ich habe ja gesagt obercheater ich habe einen orbitalangriff nutze ihn weise ja alter bin ich hier gerade am töten mit dem gerät hier der gerät ja ja wenn ich jetzt wüsste wo ich den orbitalangriff hinhauen soll spawnpunkt schau ihn da hin wieso geht wieso geht das manchmal nicht hier modern talking hat mich getötet der penner ja ich habe ihn doch gesetzt aber keinen getötet ja das passiert halt ich habe jemanden mit der mit der scoutpistole das ist auch ein geiles gefühl ne so bewegen und tot ist er habe ich noch gar nicht gemacht ironie knobi hast du wieder scan impuls ja ich mag halt legale schieden ich auch alter ich will nicht so viele töten ich bin doch eigentlich ein ganz lieber mensch au und ja one shot dlt 19x hat er mich weg geholt oder perfekter kopfschuss innerhalb von wenn er in einer zehnte sekunde so gut zielen kann ja der kann es halt ja im gegensatz zu dir ne du musst cool high sein in dieser oh cool high sein alter cool high du hast mich überholt du was wird der 16 ich habe nur 15 aber ich sterbe ja auch deutlich öfter weil ich mehr risiko spiele ja 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 hier hier spiele ich auch ich renne immer ins gemüse ich töte sie nur alle aber nur ins junge alter ich bin doch auch schon siebenmal tot knobi nur vier zwei geschütze stehen oder so ne ähm findet ihr das auch so scheiße oder hasst ihr es auch wenn ihr getötet werdet nein verlieber ist immer voll geil ich freue mich damit hm ist keiner ich glaube wir verlieren ich hab noch keinen kill mit der scout pistole hier gemacht du hast halt jetzt ich bin das ich bin das super alter jetzt geht es bei mir auch wieder den bach runter hier so ein scheiß cool du hast nicht die meisten kills im gegensklima da eine 18 gufti aber der hat der ist gar nicht so doof ernsthaft man der benutzt diesen blaster und die scout pistole habe ich auch noch eine sekundärwaffe ja danke bitte zeig mir deine titte nein uff äh wir haben hier oben was ja dort dort äh gewonnen mal wieder 16 zu 8 äh 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 äh